Meine lieben Schwestern, meine lieben Brüder, trau nicht den Ideen, vor allen Dingen nicht den Guten. So las ich neulich über einen Künstler, der das gesagt hat, einer, der mit Farben experimentiert hat. Trau nicht den Ideen, vor allen Dingen nicht den Guten. Als ich das las, gingen meine Gedanken zu diesem Evangelium hin, zu dem ganzen Drama, das hier geschildert ist, zu dem, was wir jetzt in der dritten Weihnachtsmesse an Texten beten, wo es immer darum geht, um die Würde des Menschen, dass etwas wiederhergestellt werden muss, dass etwas verloren gegangen ist, dass es ein Aneinander vorbeigibt von Gott und Mensch. Und ich dachte, war das vom lieben Gott eine gute Idee mit dem Menschen? Ist das nicht gründlich schiefgegangen? Hätten wir nicht dem lieben Gott zurufen müssen, trau nicht den Ideen, vor allen Dingen nicht den Guten. Ein ganzer Reinfall. Man könnte das sehen, aber Gott wäre eben nicht Gott, denn am Anfang ist nicht eine Idee. Am Anfang hören wir heute mit dem Beginn dieses großartigen Liedes am Johannes-Evangelium. Am Anfang ist nicht eine Idee, am Anfang ist nicht eine Tat, am Anfang ist der Logos. Wir sagen im Deutschen ein bisschen zu simpel das Wort. Der Sinn, die ganze Orientierung der Welt, alles das, was sie ausmacht, das ist im Anfang bei Gott. Und durch diesen Logos, durch dieses Wort, wenn wir bei dieser Übersetzung bleiben wollen, ist alles geworden. Und er ist das Leben der Menschen. Er ist also beim Menschen in seinem Eigentum, aber die Menschen folgen diesem Sinn, dieser Orientierung, diesem Inhalt der ganzen Welt nicht. Wir kennen dieses ganze Drama der Heilsgeschichte. Weihnachten, liebe Schwestern und Brüder, ist eine Antwort Gottes. Ist Wort und Antwort Gottes zugleich. Denn wie sich Gott das gedacht hat mit dem Menschen, das ist nicht irgendetwas Programmiertes, sondern er wollte den Menschen frei. Er wollte ihn ermutigen und befähigen, zu einer freien Antwort ihm gegenüber. Dazu sind wir ja immer wieder gerufen, frei zu antworten. Wie verhalte ich mich Gott gegenüber? Das soll frei geschehen. Gott will, dass wir ihn lieben. Gott will geliebt werden, genauso wie das jeder und jede von uns will. Ein Bischof sagt das zuweilen immer wieder, wenn die Priester kommen und sich beschweren, dass die Leute so kompliziert sind. Und manchmal erzählen sie natürlich auch über sich selber, dass sie so kompliziert sind. Dann sagt er immer wieder, die Menschen wollen geliebt werden. Ja, er hat recht. Aber Gott will auch geliebt werden. Und Weihnachten ist sozusagen der Schlüssel zu diesem Beziehungsgeschehen. Das ganze Drama der Menschheit besteht ja darin, dass wir an Gott vorbeileben. Und dieses Drama ist ja nicht so, als wäre es beendet mit Weihnachten, sondern es geht ja weiter. Deshalb ist es so wichtig, dass wir jedes Jahr Weihnachten feiern. Und dass wir christlich Weihnachten feiern. Damit wir wissen, warum wir es feiern. Warum so viel von Erlösung die Rede ist. Von Wiederherstellung der Würde des Menschen, die er eben verliert ohne Gott. Er ist sich dessen nicht mehr bewusst. Dann wird eben Leben manipuliert. Oder manches wird zum Leben erklärt und manches nicht mehr. Dann kann man sein Leben noch wegwerfen. Oder wir entscheiden, dass manche gar nicht leben dürfen. Das ist ein bisschen simpel. Das ist ein Entwurf ohne Gott. Das sind Ideen, die man hat. Vielleicht sogar unter ökonomischen Gesichtspunkten gute Ideen. Es gibt doch sowieso viel zu viele Menschen auf der Erde. Also da müssen wir ein bisschen rationalisieren. Das ist sogar keine schlechte Idee. Es sind eben Ideen. Und andere, liebe Schwestern und Brüder, zahlen mit dem Leben für diese Ideen. Bei Gott ist nicht einfach eine Idee. Bei Gott ist Sinn. Orientierung. Und wenn wir dies annehmen, verstehen wir vielleicht den Satz besser, der der Mittelpunkt des Weihnachtsfestes ist. Und das Wort ist Fleisch geworden. Also sowas wie wir. Kneifen Sie sich einmal kurz, damit Sie das spüren, was das ist. Damit Sie erfahren, was Gott tut. Und das Wort ist Fleisch geworden. Man kann daraus einen andachtsvollen Satz machen. Man kann dabei sogar im Advent und in der Weihnachtszeit sein Knie beugen und es trotzdem nicht verstehen. Das Wort ist Fleisch geworden. Der Sinn Gottes, die Orientierung Gottes, der tiefste Zielpunkt alles dessen, was das Ganze soll, die Schöpfung, der Mensch, diese Erde im Universum. Das ist nicht über uns hinweg irgendetwas uns Aufgesetztes, Aufgezwungenes, sondern wird wie wir. Wird Fleisch in Jesus, in diesem Kind von Bethlehem, an einem unscheinbaren Ort im hintersten Winkel der Welt, in einem Volk, mit dem Gott seine Geschichte beginnt, um allen anderen zu zeigen, wie das gehen kann und wie schwierig das ist, das Leben mit Gott, den Sinn mit Gott zu übersetzen, zu leben, sich danach zu richten. Wir wissen das und die Heilige Schrift sagt es oft genug, die Propheten rufen es uns in Erinnerung. Israel scheitert oft und oft daran. Das Gesetz ist durch Mose gegeben. Gnade und Wahrheit kommen durch Jesus Christus. Nicht am Gesetz vorbei, nicht über Israel hinweg, sondern durch Israel hindurch. Wie es Jesus einmal der Samariterin am Jakobspunnen sagt, das Heil kommt von den Juden. Deshalb sehen wir in der Krippe ein jüdisches Kind. Ein Kind aus dem auserwählten Volk. Deshalb nennen wir seine Mutter die Tochter Zion. Maria. Sie, die ganz das Wort aufnimmt, die es hört, die ganz aufgeschlossen ist, ohne Hindernis für diesen Sinn der Welt, der von Gott kommt, der nicht selber gebastelt ist, irgendeine fixe Idee. Deshalb ist Christentum immer konkret. Das Wort ist Fleisch geworden. Christentum ist immer konkret. Wenn Christentum zu einer fixen Idee wird, gleich ob wir die rechts oder links einordnen, dann ist Christentum nichts mehr. Gott, liebe Schwestern und Brüder, wird Fleisch. Wir feiern das an Weihnachten. Er lässt sich ein. Nicht als eine Idee von dieser Welt, als ein Ideal dieser Welt, sondern er lässt sich neu ein mit dem Menschen und zeigt uns in der Spur Jesu, wie wir leben können, wie wir den Weg zurück zu ihm finden. Da gibt es einen Kundschafter, der sich bestens auskennt. Er, der ganz aus Gott ist, wie wir gleich im Glaubensbekenntnis wieder bekennen. Er ruht am Herzen des Vaters, im Schoß des Vaters. Er hat seinen Platz im innersten Wesen Gottes. Und so kommt er in diese Welt. Er schließt uns neu auf menschliche Weise den Sinn dieser Welt und nimmt uns an die Hand. Wenn wir doch dieses Weihnachtsfest neu nutzen könnten, um diese Hand zu ergreifen. Es ist nicht schwer. Ist es schwer, die Hand eines Säuglings zu nehmen? Sie kennen diesen Reflex der Säuglinge. Die klammern sofort. Die greifen sofort. Sie können sogar einen Säugling an die Wäscheleine aufhängen. Das bleibt da hängen, weil er so grifffest ist. Diese ausgestreckte Hand Gottes, liebe Schwestern und Brüder, verliert sich nie. Sie hält an uns fest, weil sie uns meint. Weil das der Sinn der Schöpfung und der Sinn des Menschen und der Sinn eines jeden einzelnen menschlichen Lebens ist. meines Lebens, eures Lebens, jedes einzelnen. Gott will dieses Leben und Gott liebt dieses einzelne Leben. Und damit es gelingen kann, damit es nicht herumirrt irgendwo, sondern eine Spur gibt in dieser Welt, eine klare menschliche Spur, die zu Gott hinführt. Deshalb ruft uns der Evangelist zu. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Möge uns diese Gnade und Wahrheit ganz erfassen und tief durchdringen. Und gehen wir in seinen Spuren heim zu Gott, der uns ruft.